Hey Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, was ist das für ein Spiel? Also, was ist das für ein Spiel? Das ist die Sims 4 auf dem Handy, also Mobile. Sims 4 Mobile. Das soll jetzt auch gar keine Werbung oder so sein. Ich wollte es einfach nur mal spielen und ich will mit euch die 100 Baby Challenge machen. In die Sims 4. Und da müssen wir halt so einen Charakter erstellen. Das seht ihr aber dann gleich. Hier wird jetzt erstmal gefragt, wie alt bin ich? Warte. Ich bin elf. So. Ich hab die Musik mal ausgestellt, weil man weiß ja nie, vielleicht ist es Copyright oder so. Gut. Warten wir mal. Ah, jetzt ähm. Warte, jetzt kann man auch anderen zählen. Ähm. Ja. Anpassen. Gut. Ja. Passe die DNA an für den persönlichen Tauch. Ja. Weiß ich doch. Tippe hierhin, wenn du bereit zum Spielen bist. Ah, okay. Ja. Gut. Ich will sie so haben. Vielleicht nennen wir sie, ähm, also das wird jetzt die 100 Baby Challenge. Ich hab gehört, ab Level 11 darf man erst nur Kinder, ähm, also Babys haben. Leider. Klee. Bauer. Sommer. Nee. Kommen wir neben Star. Katie Star. Gut. Ähm. Jetzt können wir sie, ja genau so. Äh. Eigentlich passt das, oder? Nee, ihr Mund. Ihr Mund ist so komisch. Äh. Den. Nee. Also das wird jetzt nur die Charakterstellung. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich wieder Level 11 bin. Dann können wir anfangen. Aber zuerst lernt sie so Leute kennen. Und, also halt so ein paar Jungs. Das klingt komisch. Ähm. Eigentlich nicht. Ähm. Äh. Äh. Okay. Mann, warum haben die alle so komischen Mund? Warum? Komisch. Dann nehme ich eher den. Ja, das passt eigentlich. Hm. Kopf. Würde ich so lassen? Katie. Augenfarbe. Ah. Nee, warte mal. Haare. Sie wird so eine richtige Tussi. Eigentlich kann man es auch anders sagen, aber ich sag jetzt nichts dazu. Oh mein Gott. Was ist denn mit ihrer Nase falsch? Warum ist die so lang? Ach du Heilige. Ja, jetzt passt's, oder? Nee, warte. Die. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Hm. Jetzt sieht sie so aus, als hätte sie so, keine Ahnung. Das sieht komisch aus. Boah. Boah. Ih. Nein. Das? Ach so, das hatte sie schon. Dann nehmen wir eben die. Ist auch nicht schlimm. Augen. Ja, ich finde die eigentlich normal. Gut, grau vielleicht. Grau oder grün. Hm. Also, äh, 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 ja. Warte mal. Das war mein Handy. Sorry. Ähm. Ja. Rouge. Ähm. Rouge. Ja, genau. So heißt das. Ähm. Braucht sie einen Eyeliner? Oh mein Gott. Wie sieht sie denn aus? Oh Gott. Äh. Nein. 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 Doch. Das hatte sie schon. Hä? Äh. Nein. Sie sieht kacke aus. Ja, okay. Sie kann das tragen, ja. Na, vier Minuten schon. Ich muss mich beeilen. Lippenstift. Braucht sie? Ja, sie braucht. Hm. Keine Ahnung. Sowas in die Art. Wir können immer noch unseren Sim verändern. Also, Katie können wir immer noch verändern. Äh. Haare, Haare, Haare. Stimmt. Mann. Ich finde hier irgendwie keine Tussi-Frisur. Nein. Ähm. Warte. Wir gehen mal alle durch. Ich will so eine richtige Blondine. So eine richtige... Richtige... Das sag ich nicht. So eine richtige Tussi. Sie sieht brav aus jetzt irgendwie. Ja. Das ist so die Standardfrisur. Äh. Ähm. Ich weiß nicht. Sollen wir die nehmen? Hm. Wartet mal. Ich schau mal hier nach. Wartet. Vielleicht finde ich hier etwas. Ups. Das war die gleiche Seite. Ähm. Hab mich getan. Ja. Ja. Dann nehmen wir einfach diese... Wenn wir die nehmen? Die passt irgendwie nicht. Die passt irgendwie. Oh mein Gott. Ich kann mich nicht entscheiden. Die oder die. Ene mene Kiste. Es rappelt in der Kiste. Ene mene weg. Und du bist weg. Trotzdem. Dann nehmen wir das. Okay. Ich bin unfair. So. Jetzt. Ähm. Outfit. Ich möchte, dass sie so wie eine Tussi aussieht. Okay. Ähm. Warte. Wir können auch ihr Körper und so entscheiden. Äh. Okay. Das mach ich mal. Weil ihr glaubt... Okay. Ähm. Wir sehen uns gleich. So. Ich hab jetzt mal ihre Körperform verändert. Ähm. Ich glaub das wolltet ihr nicht sehen. Wie ich sie verändern muss. Äh. Sorry. Ähm. Ja. Ähm. Beobachteile. Ähm. Also ich hab schon ein paar gekauft. Also nicht wundern. Ähm. Ich glaub ich würd sie sowas tragen lassen. Oder. So. Nee. Nee. Komm nehmen wir das. Welche Farbe. Öh. Oh mein Gott. Äh. Nein. Ähm. Ähm. Nee. Also. Sorry, dass die Folge so lang wird. Aber ich... Oh mein Gott. Äh. Pussi Stiefel. Ja. Ach genau. Pussi Stiefel Alarm. Oh mein Gott. Hast du das? Ich weiß es nicht. Ich kenn mich nicht mit Mode aus. Äh. Das were die Mal. Oh mein Gott hat.